Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Carpe Diem, ein kleines Indie-Visual-Novel-Game. Ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Spiel starten. Sie ist spät dran. Ich hatte in letzter Zeit einige Probleme und konnte mich nicht mit ihr treffen. Ich habe es geschafft, die Dinge in Ordnung zu bringen, damit ich Zeit mit ihr verbringen kann. Aber es ist nur vorübergehend und ich weiß nicht, wie lange es anhält. Hey, Jung! Entschuldigung, habe ich dich warten lassen? Ja, für etwa eine halbe Stunde. Ein Junge sollte eigentlich nein gar nichts sagen, weißt du? Das wusste ich nicht. Von dieser Änderung in der Gesellschaft hat mir niemand etwas gesagt. Sie haben sich die Mühe nicht gemacht, weil sie wussten, dass du es sowieso nicht befolgst. Stimmt genau. Also, wohin willst du gehen? Ah, okay. Jetzt haben wir die Entscheidung. Einkaufszentrum, Park oder Spielhalle? Ähm, gehen wir mal in den Park. Lass uns einfach eine Weile hier entspannen. Du bist nur zu voll, um zu gehen, oder? Was ist das denn für eine? Boah, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Du kannst mich ja tragen, wenn du willst. Das ist auch okay. Na, es ist schön hier. Lass uns den Park genießen. Du bist nur zu voll, um mich zu tragen, oder? Ha, gut gekonnt hat. Nice, nice. Ich schätze, da haben wir eine Sache gemeinsam. Hier ist ein guter Platz, um zu sitzen. Ich bin überrascht, dass es ein wenig kühl ist, obwohl die Sonne direkt über uns ist. Ja, du bist ja auch irgendwie sehr leicht bekleidet, Mädchen. Nur eine Hotpen und eine freie Schulter, whatever, keine Ahnung. Ja, ein wirklich tolles Wetter. Sehr gut. Sie sagt, dass es kühl ist, und er sagt gutes Wetter. Ach, ich mag die beiden. Es ist so schön draußen, und dennoch willst du den ganzen Tag zu Hause sein. Hä? Wir sind doch im Park. Hä? Wir haben gerade vorgeschlagen, dass wir den Tag im Park verbringen, und jetzt sagt sie, wir wollen den ganzen Tag zu Hause sein, und Tag ist übrigens klein geschrieben. Was? Draußen ist es schön, aber zu Hause ist es schöner. Kommt immer drauf an. Sie kichert ein bisschen. Wie ging es dir hier? Alles beim Alten. Ich wette, du isst immer noch nur Fertiggerichte, oder? Mehr oder weniger. Komm schon, Jung. Was für eine Ernährung soll das sein? Es ist okay, du lernst sowieso für mich zu kochen. Hahaha. Alles klar. Was geht denn da? Sicher. Ich werde dir mein Spezialgericht servieren. Verbrannte Reisbällchen? Ja, jeden Tag. Oh mein Gott. Du wirst mich umbringen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Es gibt viele Dinge, die ich erzählen und fragen möchte. Und ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Lebst du immer noch in dieser heruntergekommenen Wohnung? Ja, aber es ist besser geworden. Es wurde teilweise renoviert. Ich mache mir aber Sorgen um die Leute, die dort wohnen. Die meisten, die dort wohnen, sind schon alt. Sie sollten sich einen sicheren Wohnort suchen, besonders wenn sie alleine wohnen. Eine gute Eigenschaft von I ist, dass sie sehr gesprächig ist. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dadurch muss ich mich nicht darum kümmern, das Gespräch am Laufen zu halten. Sehr gut. Easy going. Ich stelle einfach eine Frage und sie redet stundenlang darüber. Perfekt. Was ist das hier für ein Date? Ist das überhaupt ein Date? Ich weiß es nicht. Wie läuft es bei der Arbeit? Totales Chaos und es wird wahrscheinlich weiter so bleiben. Unser Boss gibt uns mögliche Aufgaben und die meisten von uns sind dadurch überfordert. Achso, unmögliche Aufgaben. Viele haben deswegen gekündigt und der Rest ist demotiviert. Dann ist da noch Troy, mein Kollege, der alles bis zur letzten Minute stehen lässt. Er ist so ein nerviger Typ. Der macht alles noch schwerer für uns. Manchmal fragt er sogar andere Kollegen, ob sie seine Arbeit mitmachen. Haha, ja, solche Leute kenne ich auch. Ich höre ihr zu, während ich bemerke, wie sich ihr Gesichtsausdruck geändert hat, seit sie diesen Troy erwähnt. Was? Einmal hatten wir wegen ihm ein totales Chaos. Unser Boss war sehr wütend zu dieser Zeit. Und dann hat Troy... Sie hörte mit einem Satz auf und starrte mich an. Was? Oh, ich verstehe. Was ist? Du bist eifersüchtig, oder? Er steht dir ins Gesicht geschrieben. Huh? Wovon redest du? Wie auch immer, was hat dieser Troy getan? Äh, wie auch immer, was hat dieser Troy getan? Siehst du, deine Stimmlage verrät es. Lass mich endlich in Ruhe. Komm schon, gib es zu. Ich starre sie an und warte, bis sie aufhört zu lachen. Was ist mit diesem Jobangebot von dieser anderen Firma? Oh, das? Ich hab abgelehnt. Ich müsste für diesen Job umziehen. Ich will keine neue Umgebung und einen neuen Lebensstil für ein bisschen mehr Gehalt. Das ist es nicht wert. Das ist okay. Ich wette, du bekommst bald ein anderes Jobangebot. Vielleicht sogar in der Nähe, wer weiß. Ah, du vermisst mich schon so sehr. Sie genießt es wirklich, wenn sie mich dazu bringt, peinliche Dinge zuzugeben. Ja, damit ich endlich deine verbrannten Reisbällchen probieren kann. Wir reden und lachen weiter über alles Mögliche und verloren völlig das Zeitgefühl. Plötzlich hat Tempos Wechsel und Gefühl falsch geschrieben. Na egal. Nach einer Weile stand sie auf. Eine Sekunde. Wohin gehst du? Ich hole uns nur was zu essen. Ich bekam nicht einmal mit, dass es schon Mittag war. Die Zeit verfliegt, wenn ich mit ihr zusammen bin. Ich habe uns Takoyaki gekauft. Ich habe einen Monmuri Stand auf meinem Weg zurück gesehen. Also habe ich dir welche gekauft. Du magst sie doch, oder? Das ist toll. Danke. Wie viel schulde ich dir? Sie waren nicht teuer. Mach dir keinen Kopf deswegen. Aber wenn du darauf bestehst, dann schuldest du mir einen Gefallen. Okay. Was für einen Gefallen? Das weiß ich noch nicht. Ich bewahre ihn mir für später auf. Solange es etwas ist, das ich tun kann. Keine Sorge. So schlimm wird es nicht sein. Sie zwinkert mich an, als sie begann, ihr Takoyaki zu essen. Jetzt mache ich mir Sorgen. Ich werde dich um nichts Unmögliches bitten, weißt du? Das ist eine Lüge. Okay. Vielleicht ein bisschen. Aber eher nicht. Ich vertraue dir nicht. Sie lacht, als sie ihr letztes Stück aß. Nun, da wir fertig gegessen haben, lass uns zum Einkaufszentrum gehen. Sie nimmt meine Hand und geht in Richtung Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum mit Ei erfordert eine Menge Zeit, Energie und Geld. Normalerweise würde ich das Einkaufszentrum wie eine solche vermeiden, aber heute mache ich eine Ausnahme. Wow! Die haben viele Angebote. Wir haben das Einkaufszentrum gerade erst betreten und schon zeigt sie auf ein Kleidungsgeschäft. Lass uns reingehen! Sie zieht mich zum Geschäft und beginnt jedes Kleidungsstück aufmerksam zu begutachten. Wie ein Detektiv, der nach Hinweisen sucht. Sie nimmt ein weißes Kleid mit Blumenverzierung auf der unteren Hälfte. Eine Sekunde! Sie geht in die Umkleide, um es anzuprobieren. Wie sieht es aus? Äh, Mädchen? Mädchen? Du hast noch genau das gleiche an wie gerade auch. Hm. Schade, dass das nicht, äh, naja, okay. Es ist schwer für mich diese Frage zu beantworten, weil ich keine Ahnung von Mode habe. Ich bin der Typ Mensch, der einfach alles anzieht, was ihm passt. Immer wenn sie mir diese Frage stellt, verlasse ich mich auf das magische Wort. Süß. Ich finde es süß. Sie sieht in den Spiegel. Wirklich? Ist es nicht ein wenig schlicht? Puh, ich fasse mir mit meiner rechten Hand an mein Kinn und tue so, als würde ich das Kleid noch einmal genau analysieren. Ich finde es süß. Ich werde es nehmen. Sie geht in die Umkleide, um es auszuziehen. Dann geht sie zur Kasse, um es zu bezahlen. Ist das alles, was du von diesem Geschäft brauchst? Ja, so ziemlich. Die haben sowieso nicht viel. Wir gehen weiter im Einkaufszentrum umher. Sie ist wie ein Stück Metall, während die Geschäfte starke Magneten sind. Immer wenn wir gehen, driftet sie langsam in Richtung eines Geschäfts ab, manchmal ohne es selbst zu wissen. Hey, Jung. Das passt dir gut. Sie hält ein Shirt mit Spinnendruck hoch. Ich brauche keine neuen Kleid. Ich kaufe es für dich. Ich ziehe es nicht an. Sie hält ein anderes Shirt hoch. Da! Ich werde eines für mich selbst kaufen, damit wir im Partnerlook gehen. Ich trage es mit dir. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, dass es keinen Sinn hat, wenn sie sich erstmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Während sie für die Shirts bezahlt, schaue ich mich um und sehe ein Computergeschäft. Lass uns dahin gehen, wenn du fertig bist. Ich zeige mit meinem Daumen darauf. Oh, ja. Du sagtest, du brauchst etwas? Ja, und ich will sehen, ob sie ein paar günstige Teile haben. Besonders Festplatten. Das Programm, das ich entwickle, ist größer, als ich erwartet habe. Sie folgt mir leise in das Computergeschäft. Nur ein paar Sekunden und ich bin bereit, für meine Sachen zu zahlen. Das war schnell! So sollte jeder einkaufen. Na, du überprüfst nicht einmal, ob sie funktionieren, bevor du sie kaufst? Dafür gibt es Garantien. Ich gehe jetzt zur Kasse und bezahle. Wohin willst du als nächstes gehen? Ich habe da ein Spielzeuggeschäft gesehen. Lass es uns ansehen. Wir betreten das Geschäft und Ai geht sofort zur Plüschtierabteilung. Schau, wie niedlich! Die sind... äh... Schau, wie niedlich die sind! Ich will sie alle haben! Nimm sie ruhig alle, solange du das Geld dafür hast. Toller Spruch! Was? Ich dachte, du bezahlst! Träum weiter! Ich mach nur Spaß! Hihihihi! Aber ernsthaft, die sind sooo niedlich! Ich frage mich, was ich nehmen soll. Während sie damit beschäftigt ist, ein Plüschtier auszusuchen, gehe ich in den nächsten Gang, wo die Schlüsselanhänger sind. Ich habe einen Schlüsselanhänger mit einer Spinne gesehen. Ah, sie würde das lieben! Ich gehe schnell zur Kasse, um dafür zu bezahlen. Dann gehe ich zurück zu Ai, die noch immer nicht weiß, was sie kaufen soll. Hey, Ai! Ich habe etwas für dich gekauft! Ich zeige ihr den Schlüsselanhänger. Das ist so süß! Das hättest du nicht tun müssen! Schon okay, es war sowieso nicht teuer. Sie scheint sich wirklich über den Schlüsselanhänger zu freuen. Während wir weitergehen, entdeckt Ai ein Büchergeschäft. Hey, lass uns eine Weile hier bleiben! Ich wusste nicht, dass du gerne Bücher liest. Nun, nicht diese Art von Büchern. Ich habe angefangen, mich fürs Kochen zu interessieren. Verstehe. Du suchst nach Kochbüchern? Ja! Was für Gerichte magst du? Ich werde irgendwann versuchen, für dich zu kochen. Böf-böng-jong? Wow! Chill! Warum fängst du nicht mit etwas wie Eier und Speck an? Warum fragst du mich denn überhaupt? Sie lächelt, als sie drei Kochbücher für Anfänger aus dem Regal nimmt. Während wir gehen, hören wir ein paar Leute über ein heute Nacht stattfindendes Feuerwerk sprechen. Feuerwerk? Du hast es auch gehört? Ich möchte es sehen! Ich hole mein Handy heraus, um nach Informationen zu suchen. Oh! Das ist es! Was denn? Schon seitdem ich ein Kind war, gibt es zu dieser Zeit des Jahres ein Feuerwerk. Wirklich? Können wir hingehen? Sicher, beeilen wir uns. Ich kenne einen guten Platz. Wir müssen ein Stück gehen und wir müssen in den Bügel hinauf. Die Sonne geht gerade unter, als wir ankommen. Also wurde es langsam dunkel. Oh! Gut! Es sind nur wir hier. Wow! Du hast recht! Das ist ein toller Platz! Nicht wahr? Wir sitzen auf einer Bank und warten auf die Show. Nicht lange später kann man die ersten Raketen in den Himmel fliegen sehen. Die Lichter blühen wie eine Blume mit unterschiedlichen Farben auf und verblassen langsam. Man kann das Jubeln der Menschenmenge vom Fuße des Berges hören. Eis' Gesicht fühlt sich mit Fröhlichkeit, als sie das Feuerwerk beobachtet. Ich wünschte, dieser Moment könnte ewig anhalten. Aber mir läuft die Zeit davon. Sie sieht mich traurig an. Plötzlicher Musikwechsel? Okay, was passiert jetzt? Es ist Zeit, nicht wahr? Fast. Keine Sorge, es wird nicht lange sein. Es ist okay. Du solltest nicht mit mir zusammen sein. Sag das nicht. Immerhin bin ich nur... Was? Bist du nur was? Hast du von diesem Turing Test gehört? Es ist ein Test zur Bewertung der Fähigkeit einer Maschine, Intelligenz zu zeigen. Ob sie wie ein Mensch sprechen und agieren kann. Aber egal wie gut eine Maschine auch jemals sein wird. Egal wie wenig sie von Menschen unterscheidet. Sie wird niemals wirklich menschlich sein. Genau wie I. Künstliche Intelligenz. Oh. Künstliche Intelligenz. Die ich geschaffen habe existieren. Ah. Das Programm ist wieder abgestürzt. Wie erwartet konnte ich nur so weit gehen. Ich muss wirklich bald einen stabilen Fix für das Programm entwickeln. Was mache ich mit meinem Leben? Zu erinnern. Thank you for reading. I would like to thank everyone who supported this first visual novel project of mine. I hope to see you again on my next projects. Eitsi. 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 Okay. Das war also Carpe Diem. Nutze den Tag. Gut, so viel Spielraum war da jetzt nicht. Es war wirklich mehr eine determinierte Geschichte. Das Einzige, was wir überlegen konnten, war am Anfang die Sache mit dem Park. Alles andere lief dann einfach von selbst. Es ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte über künstliche Intelligenz, über jemanden, der scheinbar künstliche Intelligenz geschaffen hat, sein Leben damit verbringt. Doch, eine schöne Geschichte irgendwie. Mit interessantem Plattwist. Am Anfang dachte ich, okay, ein Typ, der halt ein Mädel trifft, keine Ahnung, ein Date oder whatever. Aber das Ende dann doch überraschend für mich. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Das Spiel gibt es bei Steam. Glaub ich sogar gratis. Also, ja, holt es euch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen oder hören uns dann hoffentlich bei einem nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut und ciao!